Oh, ich habe die neue Waffe! Hallo und willkommen zu einer weiteren Fortnite Battle Royale, heute im Duo mit dem lieben Nick. Guten Tag, Nick. Hallo. Und ja, mal gucken, wir haben das neue Update gerade erst rausgekommen und ja, mal gucken, was wir so reißen. So, da sind wir jetzt im Partybus und wo war nochmal der Spot? Warte. Da. Und man kann jetzt auch reinzoomen, also mega geil. Äh, wenn ich mal... Da, da habe ich ja eben 5 Kills gemacht. War das nicht da oben, gell? Man kann... Ist übelst geil, dass man jetzt reinzoomen kann. Ist ja fast, äh... Wir müssen auch schon springen. Gehen wir mal dahin, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, 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 ich gönne mir auf jeden Fall eine Waffe, dass ich direkt wieder ein paar Kills abstauben kann, Alter. Äh, oder? Ja, du fliegst gerade drauf zu. Ja. Oh, gut. Dann hole ich einfach das schon. Äh, Nick hat das ja schon. Also ist egal. Graue Pump. Niemand hat... Nice. Und hier ist es auch schon und... So, da haben wir es schon. Also merkt euch hier. Da. Da, hier ist die Brücke. Also alles zugegeben. Ist das ein Gegner da? Nee. Ich höre nur richtig viele Schüsse irgendwie. Ich höre gar nichts. Ja, oder was sehe ich noch? Ah, hier haben wir sofort eine Maschinenpistole. Ist auch vielleicht auch geil für die Aufgabe. So, aber ich will mich jetzt einfach auf eine geile Runde fokussieren. Ist ja schon krass. Ist noch nicht lange raus und ich habe jetzt schon alle aufkommen. Ja, das war... Haben auch getreut. Also die neuen Munitionsküsten finde ich eigentlich auch gut. Na ja, ich finde die eigentlich auch schön. Also, wem es noch nicht aufgefallen ist, aber ich glaube, es ist halt jedem aufgefallen schon. Hier oben auf der Brücke ist noch ein Chest. Und das ist jetzt wieder eine neue Twitch Prime. Das neue Twitch Prime Loot gibt. Eine neue Spitzsacke. Das ist auch nice, Alter. Warte, ich komme auch nicht. Ich gehe Loot um Lootet du hier dann einfach. Aber ich finde das ein bisschen blöd, dass die Karte halt nicht zurücksetzt. Das finde ich auch blöd. Aber sonst finde ich das Update aber mega. Die neue Waffe habe ich jetzt auch schon gesehen im Stream von Fix, aber leider noch nicht gefunden. Sonst hätte ich natürlich ein Video darüber gemacht, wie ich sie finde. Alles klar, Lootbomb keine einzige Chess. Wie viele können das Spawn 4 oder wie viele? Drei, glaube ich. Aber der gibt nochmal 80 Holz. Pass. Okay, ja, siehst. Und die Schottgang liegt auch noch drin. Oh, jetzt liegt ja noch ein Jagdgefühl. Ja, das. Das auch der Mitte. Ja, da kommt der Sound, Alter, richtig krass, guck. Ja, warte, ich gehe kurz hier hoch und dann... Fail. Ah, fuck. Oh, bro. Selbst eingebaut. Hey, ist hier so ein Ding? Und ja, jetzt sieht man hier mal einen schönen Adler. Ach so, bei mir wird es gar nicht mehr angezeigt, das Ding. Ich finde ich ein bisschen blöd, aber... Ja, gut. Komm mal gehen, würde ich sagen. Ich habe ja auch fast alle wöchlichen Aufgaben, halt außer die neue und ja... Noch eine... Ja, und dann noch eine Aufgabe fehlt mir. Dann habe ich auch alle. Okay, hier sind oder waren noch Gegner. Also vor mir ist einer. Ey, oh, direkt unter uns. Aber eh, ein Hit. Oh, Alter. Wenn mir die Jacke wäre, schade, dass ich ihm kein Helder gegeben habe. Ich habe einen ausgenockt. Direkt der unter uns. Nein, nein, nicht der. Gut. Nein, nein, ich habe in der Fabrik... Oh, schade, ja, gut. Nice, Alter. Nice. Wo ist die? Äh, wo sind die Punkte jetzt? Bei irgendeinem muss ja bestimmt besser. Ja, ich sehe sie halt nicht. Ja, als ob. Wo ist das? Bei irgendeinem muss es halt sein, ne? Lol, hier ist es. Die haben die Münze. Nice. Hier vorne. Jetzt ist es da. Nice, Alter. So. Babo Base. Wir müssen aber eh wieder move'n, Alter. Ja. Ich hätte es richtig gelohnt. Ja, ich muss mir noch ein paar Materialien fahren. Ich habe jetzt 233. Das ist auch nicht so viel. 101 Holz. Das ist jetzt ein bisschen krediert. Das wollte wir euch eigentlich auch nur zeigen, dass das neue Update da ist und so. Und dass ihr gehypt seid. Ja, ist ja eigentlich nur ein Pad. Ja, und es gibt jetzt auch den Scharfschützenmodus. Video wird auch noch kommen. Ähm, ja. Und bei mir rendert wieder alles viel zu spüren. Oder noch einer deiner Lieblingsmodi, oder? Ja. Weil ich finde das einfach so geil, wenn man nicht immer so gepusht wird von so schwitzen. Ey, da in der Hütte vor uns hinwärts hier, gell. Der läuft ja. Oh fuck, wir werden besnipet von irgendwo. Ich weiß noch nicht von wo. Der hat den Raketenwerfer. Ich kann nicht mehr schießen bei Bug. Ey, was ist das? Bug, der seid alles. Ah fuck, man. Hä? Ich konnte irgendwie nicht mehr schießen, ich schwör. Ist halt einfach gepackt. Was hat denn die alles? Ich würde sagen, dass wir es einfach in der nächsten Runde sehen. So, dann sind wir jetzt wieder im Palibus. Ich würde sagen, ja, pleasant. Einfach... Ich markiere jetzt mal genau. Ja, weil ich kann auch reinzoomen, ist ja richtig nice jetzt. So, hier. Okay, dann gehe ich kröcheln. Ich habe eine Falle. Ist hier ein Gegner? Ich will diese neue Waffe noch haben. Luis? Ja, bei mir ist einer. Ich habe ihn ausgenockt mit meiner... Mit einer Maschinenpistole. Geh mal hin. Ich komme mit. Ich habe noch keine Pump oder so. Ich gucke, ob wir heute schon gezockt haben und wir noch keinen einziges Mal gesehen haben. Also, wir haben ja noch nie die bei Gegnern gesehen. Ja. Oh mein Gott, neue Waffe. Geil. Echt jetzt? Ja. Hast du sie in einer Kiste gefunden? Halt dein Maul, halt dein Maul. Gib mir sie einfach. Ich will einmal schießen. Komm, gib sie mir. Komm. Pua. Skipp her, bitte. Ich will nur einmal. Ich habe sie nicht. Ich habe sie nicht. Das ist ein... Ein dreckiger Wunscher! Du bist ein Kek. Du bist so ein Kek, Alter. Du bist so ein Kek. Aber du Kek. Mir ist meine falsche Hoffnung. Passt du mich hier ein. Das muss ich auch immer mal wieder machen. Oh, ich habe vergessen. Ich habe vergessen, gerade schifft ihr. Schifft dich. Hello. Da war ich gerade. Die wollen sich bestimmt den Loot-Hop geiern. Oh fuck. Damit kostet. Echt jetzt. Ich kann dir Minis geben. Bin der Mini. Womit? Oh. Kritischer Hase. Ey, kannst du mir... Ja, hier Minis. Swap. Einfach mal hier die Hälfte. Hol dir. Danke schön. Wo waren die da? Keine Ahnung. Ich habe einen da rumlaufen sehen, aber... Ja, wo? Ja, der war... Mitten drin, oder? War da beim Loot-Hop. Hey, die pushen uns. Ja, als ob. Ja. Lasst, 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 lasst. Von unten, von der anderen Seite kommt auch noch einer. Hedda, Hedda. Achtung, einer... Ich kann schon wieder nicht schießen. Der hatte ne Ska für mich. Nein! Er ist One-Shot. Nein, ne, das ist er finished. Nein, ne, das ist er finished. Fuck, man. Der ist One-Shot. Och, als ob, ey. Warum finde ich der denn? Für ein ehrenloser Typ, ey. Hey, aber wie konnte er mich deine Situation holen? Geil, komm mal. Er hat Schneebewerfer, äh, Osterhagen. Und... Das zeige ich jetzt hier die beste Pump, ja, ne. Und auch Matt Kidd, aber ich habe sieben Minis. Bei seinem Minis. Warte, wo ist er? Hier vorne? Auf dem Baum, warte. Ah, Leute, als siehst. Ey, witzig's gar nicht mit ihm, oder... Ich hab schon eine goldene. Also... Hey, das kann schon wieder nicht sein. Ey, Mann, ey, warum finde ich der auch noch? Ich hab halt so gedacht, so... War schon wieder so, da hat mich die Pump schon wieder in treu. Ich hab halt mir wirklich so gedacht, ja, der eine kommt safe, jetzt von der anderen Seite. Ich hab hier schon zweimal, dass meine Taste, meine Pump nicht geschossen hat. Richtig komisch. Hä? Du hast die zwei getötet, wo hast du noch eine getötet? Oh, ich hab die neue Waffe! Ich hab die neue Waffe! Oh mein Gott! Ich hab sie! Oh mir, es war so klar, wenn ich tot bin. Warte mal. Ich will einmal nur schießen. Jetzt selbst getötet. Ja, mach einfach. Oh mein Gott! Man muss sie so hochlenken. Ich hab sie. Leck mich fett. Ich seh, ich seh nur dein Typ, wie er hier im Controller rumhängt. Boah! Ich werd gepusht, ich werd gepusht. Was? Ich werd gepusht! Oh Mann! Ey, probier dich mit der Rakete umzuschauen. Die sind bei mir. Verarbeite, verarbeite. Okay, zwei. Ja Mann! Habe ich ne Hellhits? Ja Mann! Habe ich ne Hellhits? Ey! Nein! Fuck! Nein! Oh mein Gott! Ich hatte sie aber, Boys! Ey! Meine Mission ist erfüllt. Damit verabschiede ich mich von dieser Runde. Ich hab sie euch alle einmal gezeigt. Ich hab ihn einmal damit gehittet. Fuck! Nein! Das war so ärgerlich. Sie hat aber wieder nicht richtig geschossen, ey! Okay! Sie... Ja gut! Und damit würde ich sagen, lasst ein Like da und ein Abo und hau da rein! Tschüss! Wunderschöne Tschüss! Tja!